Wie immer vor dem Wochenende hat heute der Verwaltungsstab der Stadt Karlsruhe zur Corona-Pandemie getagt. Wir haben einzelne Mitglieder, unter anderem den Leiter des Verwaltungsstabes, Dr. Björn Weiße, auch Chef des Ordnungsamtes und des Bürgeramtes der Stadt Karlsruhe getroffen und weitere Mitglieder befragt, wie sie aktuell die Lage einschätzen. Ja, wir haben ja jetzt an der Stelle sozusagen eine Doppelaufgabe. Auf der einen Seite übernehme ich ja gerade die Leitung im Verwaltungsstab und versuche das Gesamtgeschehen auch zu koordinieren. Auf der anderen Seite ist natürlich auch mein eigenes Haus, das Ordnungs- und Bürgeramt, momentan intensiv eingebunden in die Dinge. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist ja die zuständige Behörde, das Ordnungs- und Bürgeramt in Karlsruhe, das natürlich immer im Benehmen mit dem Gesundheitsamt sämtliche Maßnahmen und Entscheidungen trifft. Im Verwaltungsstab, das ist eine Situation, die wir seit mittlerweile vier, fünf Wochen hier in Karlsruhe haben, in anderen Städten genauso, die geprägt ist von einer hohen Dynamik, von einer unglaublichen Komplexität, von vielen Akteuren, von viel Sorge auch in der Bevölkerung, von offenen Fragen. Und all diese Dinge versuchen wir hier im Stab aufzunehmen, zu bearbeiten, an die Akteure, die uns weiterhelfen können, weiterzugeben, Informationen einzuholen und das entsprechend kanalisiert und gebündelt an die Menschen zurückzugeben. Wir sind jetzt so seit fünf Wochen im Krisenmanagement der Sozial- und Jugendbehörde beschäftigt. Und zwar an ganz unterschiedlichen Themen, weil diese Krise tatsächlich auch an ganz unterschiedlicher Ecke aufschlägt bei uns. Es ist so, dass zu Anfang ganz stark das Thema der Kinderbetreuung, im Moment auch gerade wieder, weil es ja wieder in den Wiedereinstieg geht, zu lösen war, zu schauen, wie kann es jetzt gehen, welche Kinder gehen in die Notbetreuung, welche Kitas können öffnen. Da ist es ja so, dass es nicht nur städtische Kitas, sondern auch sehr viele freie Kitas gibt. Und da gibt es viel zu koordinieren und die Kooperationen dann auch wieder zu bedienen. Also zunächst sind wir als Branddirektion und als unsere Katastrophenschutzbehörde zuständig dafür, dass die verschiedenen Stäbe, die es in Karlsruhe gibt, auch tatsächlich laufen und dass die auch funktionsfähig sind. Wir stellen zum einen die Räumlichkeiten zur Verfügung. Wir befinden uns in der sogenannten integrierten Leitstelle. Das ist der erste Bauschnitt unserer neuen Feuerwache. Und das bedeutet auch schon, dass wir auf ganz neue Räumlichkeiten zugreifen und diese auch erstmals tatsächlich so in Benutzung haben. Wir haben dann im Zuge der Steigerung der Pandemie auch dafür gesorgt, dass wir Hygienemaßnahmen hier in den Räumlichkeiten einhalten können, haben zum einen entsprechende Trennungen vorgesehen und zum anderen aber uns auch so digitalisiert, dass wir die relevanten Akteure auch jederzeit einfach zuschalten können.